Verwendet deine Agentur WordPress nur um Websites zu erstellen? Das ist als, würdest du versuchen, ein Hühnchen mit einer Handsäge zu zerlegen, deine Haare mit einem Laubbläser zu trocknen oder einen Baseballschläger zum Töten einer Stubenfliege zu verwenden. Sie erledigen zwar den Job, aber sind furchtbar in der Benutzung. Ähnlich wie WordPress. Arbeite stattdessen mit Duda. Eine Website-Plattform, die Agenturen bei der Erstellung von Websites im großen Stil unterstützt. Hör auf, mit den falschen Werkzeugen zu arbeiten und sage noch heute Adieu WordPress und Hallo Duda!